Geekway ist bei der Lamb of God Küche. Die Peggis können sie einfach nicht in Ruhe lassen. Scheiß, Krieger, Krieger! Komm, komm! Oh, jedes Mal hab ich was gehört. Das war's für heute. Was ist das? 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 Hey! Glockenturm! Was ist das? Da oben! Ich bin hier oben im Turm! Was ist das? 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 Die Straße, die Straße! Wir packen das, Deputat. Wir kommen noch mehr aus Südour. Zurückfallen, Jungs! Hast du ne Sekunde? Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde jetzt nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte dir den Rücken frei. Überlebenskämpferin Du hast da zu Grace getroffen. Ich kenn sie schon seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart und eine Kämpfernatur, genau wie ihr Vater. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch schrecken. Ich könnte echt Unterstützung brauchen. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind zu viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Dann bring sie zu einem Waffenversteck. Ich bin ein Waffenversteck. Ich bin einب Erf, das ist ein Haufenversteck. Ich bin ein Waffenversteck. Ich bin ein Waffenversteck. Das war's für heute. 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 Look up. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.